aber ich fand also persönlich hätte hätte ich noch gelebt nicht hätte ich so verdächtig das war belastend wieso ist die tür zugegangen das ist eher das was ich frage das habe ich überhaupt elektrischer das gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht wahrscheinlich das ist war das kann ich wenigstens nach reaktor hätte ich noch was gehabt scheiße sei lieb temp ich habe nichts getan was passiert und wer wurde beim wenden erwischt ich glaube wahrscheinlich ja ich habe mich verkleid ich bin gewendet also ich bin so damals bemerkt dass ich im raum war jetzt gesehen der kollege kassau noch mal sagen miese brise ja okay so ein missklick recht recht ist man normalerweise nicht wer auch immer dass es gemacht hat aber das ist derzeit mega druck für diesen ein üblich gebliebenen schlösser sie ist als ob sie das nicht sehen obwohl es ist halt ziemlich kleine range nur also wo 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 dit das äh äh gegenüber von security ich weiß nicht wie es heißt im reaktor ich habe eine frage und zwar lila wieso bist du einfach vorbei gelaufen ich habe die leiche nicht gesehen ich war davor bei dir ich war davor bei dir ich habe nicht gesehen ich habe ich habe auch war die in security oder reaktor die war mein reaktor okay weil ich war zuerst bei security du hast ja auch nicht gekillt also ich hätte das ich habe rot von der richtung her laufen sehen ich habe auch gesehen ich habe ich habe auch super passen dass er hinter uns die tür ja ich stand vor elektrik als die türen bei elektrik zu wagen stand aus der außerhalb der tür und wie war es von links von lower reaktor gekommen ja genau wen wollten wir der kam von der stelle und er ist der einzige der gerade aus der richtung kam war gar nicht möglich natürlich außer es sind jetzt tim und der blüht der die 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 Ja, ich weiß, ich hatte schon Angst, als ich mit dir in Electrical war ich so, Alter, ich werde jetzt sterben, aber dann bin ich wieder raus. Aber da waren Leute in Electrical und dann, ja, Mann. Ich wollte eigentlich, glaube ich, Electrical einfach abschließen oder so. Oh, Mann, oh.